Janik, mach mal Nacht. Bitte. Ja, die Lichter. Also, das wird jetzt richtig geil, so der Effekt. Ah, sie sagt, das sah geil aus. Sie hat es schon gesehen. Boah, alter Schwede. Der Effekt gerade einfach so. Boah. Boah, ich bin gerade richtig stolz, Alter. Boah, guckst du gerade mein Bildschirm? Janik. Aha. Alle. Alter, wenn der. Wenn das fertig ist, Alter, wird das so heftig. Ich stelle mir das gerade mit dem Dach schon so halbwegs vor. Ich hab gerade... Oh, der wird Spenserhaut, ne? Hahaha.